es ist ungewöhnlich dass ein klüngel von neugeborenen so viel aufmerksamkeit auf sich zieht sowohl die inoffizielle primogena de la sombra in zagreb als auch einmal kavianer der unter anderem als vater bekannt ist suchten sie auf die inhalte gespräche konnte ich nicht ermitteln auf dem weg zur zuflucht der brucher wurden sie dann von einem einsatzkommando aufgehalten kein polizist hat den einsatz überlebt und zu berichten aber unter keins kinder ist klar dass der kommand dass das kommando zum einen auf befehl eines keins kind gehandelt hat und zum anderen keins kinder angegriffen hat anscheinend war es eine gruppe dünnen politiker die ihnen zu hilfe kam leider ist keiner von ihnen anzutreffen aber zumindest gibt es gerüchte dass sie in konflikt mit einem baron der anarchie standen das klüngel hat schon genug feinde die frage ist ob ihnen ein ob ihnen verbündete einen weiteren wert sind das nachfolgende rollenspiel richtet sich an erwachsenen es kann darstellung und beschreibung von gewalt und sexualität enthalten musik Wenn wir auf den einen oder anderen Weg in deine Wohnung eingedrungen sind, von daher... Umso mehr Verbindung sehe ich da gerade. Denn das wäre vermutlich schwer zu erklären, offiziell in meine Wohnung einzudringen. Aber den offiziellen Weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017